Aufgebracht In Teil 1 meines Buches ging es um zwei Themen, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben, aber eng miteinander verflochten sind. Das eine ist die sogenannte rituelle Gewalt. Es geht dort um Familienstrukturen, in denen eine satanische Agenda weitergegeben wird, kann man sagen, von Generation zu Generation. Das Ziel ist, die eigenen Kinder zu späteren Tätern abzurichten, zu konditionieren. Es findet dort in diesen Kreisen Missbrauch statt, es werden Rituale durchgeführt, es kommt zu Opferungen. Und es gibt immer wieder, darauf stößt man, eine Verbindung zu Kindesmissbrauch und Kinderprostitution mit dem Ziel, damit Geld zu verdienen, aber auch Personen erpressbar zu machen und unter Kontrolle dieser Kulte zu bringen. Das Ganze geht dann bis hin zur Produktion von Snuff-Filmen, bei denen Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene bis zum Tod hin missbraucht und gefoltert werden. Auffällig ist bei diesem Phänomen, dass die Täter sehr gezielt und strukturiert vorgehen. Sie wenden Techniken an, um eine Persönlichkeitsspaltung zu erreichen. Bei Kindern ist das möglich, bis zum Alter, sagt man, von etwa acht bis neun Jahren. Das heißt, es werden hier gezielt gespaltene Persönlichkeiten, was sich in der Fachsprache multiple Persönlichkeitsstörungen nennt, oder heute heißt es dissoziative Identitätsstörungen. Das heißt, da werden durch den Einsatz von Drogen, von Missbrauch und Foltern Kinder in eine todesnahe Situation gebracht, bis sich als Schutzmechanismus die Persönlichkeit aufspaltet und dann diese neu entstandenen Persönlichkeitsanteile konditioniert und abgerichtet werden können für bestimmte Zwecke, wie zum Beispiel Ritualhandlungen oder eben Kindesmissbrauch. Das Ganze ist sehr gut belegt durch die Literatur von Therapeuten, die auf dem Gebiet arbeiten. Sowohl in den 90er Jahren waren das dann schon amerikanische Therapeuten. Später kamen dann in Deutschland auch Therapeuten hinzu. Mittlerweile gibt es dort umfangreiche Fachliteratur, die auch in sich konsistent ist, die im Detail beschreibt, wie diese Täter vorgehen, welche Programmierungen dort angewendet werden, wie diese Persönlichkeitsspaltung funktioniert. Es gibt mittlerweile auch eine ganze Reihe von Aussagen von Überlebenden, von Betroffenen, die aus diesen Kultfamilien stammen. Es gibt Datenerhebungen, die durchgeführt worden sind, sodass insgesamt an der Realität dieses Phänomens gar kein Zweifel besteht. Mittlerweile gibt es sogar eine vom Bundestag eingesetzte Kommission, die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Kindesmissbrauch, die sich auch mit diesem Thema der rituellen Gewalt befasst hat, dazu auch Studien durchgeführt hat. Und im August 2020 gab es dann sogar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen langen Artikel, das ging über eine ganze Seite von Heike Schmoll, zu diesem Thema Persönlichkeitsspaltung und auch zu diesen Kultaspekten. Interessant ist eben, dass wir auf diese Techniken der Persönlichkeitsspaltung, die auch Mind Control genannt wird, eben nicht nur bei den Kulten stoßen, sondern auch bei einem Programm der CIA, das in den 1950er Jahren gestartet wurde, namens MK-Ultra, wo genau diese Techniken, die aus den Kulten bekannt sind, eingesetzt werden. Man kann sagen, aber auch noch technisch weiterentwickelt werden, indem beispielsweise Virtual Reality zum Einsatz kommt oder Reizisolationstanks, um eben noch effektiver die Persönlichkeit von Kindern aufzuspalten und noch effektiver diese Konditionierungen durchzuführen. Häufig wurden auch gerade für MK-Ultra Kinder genommen aus solchen Kultfamilien, die von Geburt an dann schon durch den Missbrauch, die auch durch die Folter gelernt hatten, zu konditionieren und daher in der Lage waren, sehr schnell diese neuen Persönlichkeitsanteile auszubilden. Auch das ist belegt durch Berichte von Therapeuten. Da gab es schon 1992 beispielsweise auch den Psychologen Dr. Coridan Hammond, der eine bahnbrechende Rede zu diesem Thema auf einer Fachterung gehalten hat, die sogenannte Greenbaum-Speech. Aus CIA-Unterlagen ergibt sich zumindest die Existenz dieses Programms, wenn auch nicht in den Einzelheiten, dass diese Persönlichkeitsspaltung durchgeführt wurde. Das sind Informationen, die von den Überlebenden selbst stammen. Beispielsweise 1994 gab es diverse Aussagen vor einem Untersuchungsausschuss, der von Präsident Clinton eingesetzt wurde, zur Aufklärung von Experimenten mit Strahlung, mit radioaktiver Strahlung an Menschen. Und dort kam quasi zufällig an die Oberfläche, an die Öffentlichkeit, dass es eben auch dieses MK-Ultra-Programm gibt und was dort getrieben wird. Insgesamt kann man sagen, gerade was diese kultischen Aspekte anbelangt, das sind unvorstellbare Grausamkeiten, die dort geschienen. Also beispielsweise, dass Mütter immer wieder gezwungen werden, ihre eigenen Föten oder Kinder zu töten im Rahmen solcher Rituale. Und diese Kinder dann auch von den Kultmitgliedern, auch von den eigenen Müttern dann gegessen werden. Also Kannibalismus wird dort praktiziert, sodass sich immer wieder Therapeuten fragen. Und auf diese Frage stößt man häufig in der Fachliteratur, wie kann ein Mensch so etwas tun? Mit reinem Sadismus oder Machtstreben kann das eben nicht erklärt werden. Diese Ausmaße und diese Qualität, die dort an Grausamkeit gezeigt wird. Und genauso muss man sich fragen, wie kann all das so lange unter der Oberfläche unserer Gesellschaft gehalten werden? Wie kann es dazu kommen, dass solche Kulte international vernetzt sind und über doch erheblichen Einfluss in unserer Gesellschaft verfügen? Man kann sich dazu mal anschauen, den sogenannten Franklin-Skandal in Omaha, Nebraska, aber auch den Dutrouffal in Belgien, die beide auch Verbindung haben zu ritueller Gewalt, neben Kindesmissbrauch, wo beide in beiden Fällen sehr einflussreiche Kreise offenbar verwickelt sind und wo in beiden Fällen die Aufklärung dieser Taten verhindert wurde. Im Dutrouffal ist bekannt, dass etwa zwei Dutzend Zeugen im Rahmen der Ermittlungen ums Leben kamen. Es gibt ja sogar eine ZDF-Doku, in der diese Fälle beleuchtet werden. Und auch in diesem erwähnten Beitrag, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, werden Aussagen von Überlebenden zitiert, die immer wieder sagen, die Täter kommen aus allen gesellschaftlichen Schichten, aber eben auch sehr einflussreichen Ebenen unserer Gesellschaft, die dann auch ihren Einfluss und ihre finanziellen Mittel einsetzen, um die Aufklärung dieser Verbrechen zu verhindern. Ja, dazu muss man wissen, dass ich ursprünglich vorhatte, ein einzelnes Buch zu schreiben und erst im Rahmen der Arbeiten dann zu der Erkenntnis gelangt, es macht Sinn, zwei Themen auseinanderzuziehen, nämlich sozusagen die weltliche Ebene, wo es um rituelle Gewalt und das Projekt MK-Ultra geht und eben die nicht-physische Ebene, wenn es darum geht, was oder wer steckt denn hinter diesen Vorgängen. Und dazu muss man wissen, wie war die Entstehungsgeschichte, die überhaupt zu diesen Büchern geführt hat. Und das Ganze ging eben los mit überraschenden Channelings. Ich gehe später noch darauf ein, was es da ist. Kurz gesagt, es gab dort Kontakte mit nichtmenschlichen Wesen und die Informationen, die im Rahmen dieser Kontakte mir geliefert worden sind, die haben erst dazu geführt, dass ich mich mit ritueller Gewalt und MK-Ultra beschäftigt habe. Also sozusagen die Themen aus Teil 2 waren sogar in meiner Erfahrung an erster Stelle. Und dann kam erst Teil 1. Es machte für mich aber Sinn, natürlich mit Teil 1 zu starten, mit der rituellen Gewalt, mit MK-Ultra, weil es einfach für die Leser und die Öffentlichkeit viel leichter annehmbar ist, auf dieser Ebene zu bleiben, die durch Aussagen von Therapeuten, von Überlebenden und zum Teil ja auch durch CIA-Dokumente belegt ist. Und das führte dazu, dass es eben diese zwei Teile gibt, dass diese Themen eben auseinandergezogen werden mussten. Und das macht auch Sinn, sehe ich jetzt auch an Kommentaren, zum Teil von begeisterten Lesern des ersten Teiles, die jetzt wirklich überfordert sind mit den Themen des zweiten Teils, die das gar nicht fassen können, was sie da lesen und schockiert sind, wie ich über solche Themen sprechen kann. Geht dahin die Vorwürfe bis zu dem Vorwurf, ich würde jetzt die Opfer unglaubwürdig machen, was allerdings Unsinn ist, weil es ist eben ein Gesamtphänomen, was betrachtet werden muss. Letztendlich kann man dem Ganzen auch nur gerecht werden und möglicherweise dann auch Einhalt gebieten, wenn man versteht, wie die Zusammenhänge sind und was dahinter steht. Denn wichtig ist eben, und das ist die Frage am Ende von Teil 1, die offen bleibt, wie kann ein Mensch so etwas tun, was dort in diesen Kulten praktiziert wird, aber auch bei der CIA praktiziert wird. Und wie konnte es dazu kommen, dass sich solche globalen Machtstrukturen ausbilden konnten. Und all das wird eben in Teil 2 dann behandelt. Ja, ich hatte schon erwähnt, dass es diese regional organisierten familiären Strukturen oder Kulte gibt, die wiederum international vernetzt sind. Und auf oberster Ebene kann man sagen, ist eine Gruppierung existent, die sich Illuminati nennt. Dieser Begriff wird immer wieder von Überlebenden auch genannt und wurde bereits 1992 von dem Psychologen Dr. Corridan Hammond in seiner Greenbaum-Speech erwähnt. Auch er war immer wieder auf die Illuminati gestoßen und war auf diese Organisation näher eingegangen in seiner Rede. Jetzt könnte man natürlich meinen, das Ganze ist ein moderner Verschwörungsmythos des Internetzeitalters, aber genau das ist nicht der Fall. Es gibt nämlich bereits aus dem Jahr 1798 einen Brief an den damaligen und ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, der zugleich Freimaurer war, George Washington, in dem davor gewarnt wurde, dass die nordamerikanischen Freimaurerlogen durch Illuminati unterwandert würden, die versuchen würden, die weltliche, auch religiöse Macht an sich zu ziehen. Viel wichtiger für mich ist noch, dass es eine sehr bedeutende Kronzeugin gibt unter dem Pseudonym Swali und das war eine der wichtigsten Erkenntnisse, auf die ich in meinen Recherchen gestoßen bin, dass diese Zeugin tatsächlich authentisch ist. Teil 1 hatte ich mich extra schon nicht um diese Person gekümmert, weil die Aussagen von ihr sehr weitreichend waren und ich daher skeptisch war und ein glücklicher Zufall hat mir dann aber gezeigt, dass tatsächlich ihre Aussagen ernst genommen werden müssen und dass sie auch in Therapeutenkreisen ernst genommen wird, sieht man schon daran, dass es eine der führenden Expertinnen weltweit gibt, die auch Bücher verfasst hat, hat ein Standardwerk auch zum Thema Mind Control namens Dr. Alison Miller, die sie auch in ihren Werken zitiert. Und ich war jetzt in meinen Recherchen darauf gestoßen, dass Swali in einem ihrer Texte, sie hat sehr umfangreiche Texte auch im Internet veröffentlicht, detailliert darauf eingeht, welche Programmierung es gibt bei den Illuminati und auf spezielle Programmierungstechniken. Und zufälligerweise stieß ich genau auf dieselben Merkmale, also dieselben Programme, dieselben Farbzuordnungen sogar und dieselben Bezeichnungen für bestimmte Programmierungstechniken in einem deutschen Werk, einer deutschen Therapeutin, die das zusammengeschrieben hat mit einer Überlebenden, mit der sie rund ein Jahrzehnt lang gearbeitet hatte. Ich schalte kurz mal beide Bücher in die Kamera. Das eine ist hier Swali Speaks, wobei das Buch offenbar nicht autorisiert ist von Swali, aber dieselben Texte findet man auch frei zugänglich im Internet. Und das ist das Buch Abwegig von Helen Lindstrom und Jutta Snihotta, in der man, wenn man eben diesen Text von Swali und den Inhalt des Buches, also die Erkenntnisse, die dort im Rahmen von jahrelanger Therapie aufgedeckt wurden, gegenüberstellt und nebeneinander legt, erkennt man ganz klar diese Übereinstimmungen, sodass man sagen muss, das, was Swali von sich gibt, auch die Insider-Informationen zu den Illuminati, dass da viel dafür spricht, dass das wirklich korrekte und authentische Informationen sind. Dennoch muss man sagen, mit den Marionetten-Spielern, die im Untertitel von Teil 2 auftauchen, sind eben nicht die Illuminati gemeint, sondern da sollte man sozusagen mal ansetzen, viel früher, wenn man sich die Bibel anschaut, oder für mich noch wichtiger die Nakamadi-Schriften, knostische Schriften aus dem 2. und 3. Jahrhundert, so etwa, nach Christus. Und dort in einem Text, der nennt sich Hypostase der Archonten, findet man ein Zitat, was lautet, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Welt und die Geistwesen des Bösen gerichtet. Also dort wird schon angedeutet, das Böse in dieser Welt, das manifestiert sich eben nicht nur in einer weltlichen, physischen Form, sondern eben auch in einer geistlichen, in einer metaphysischen Ebene. Und dort stößt man eben, und das sind dann eben diese sogenannten, von mir so bezeichnenden Marionettenspieler, auf reptiloide Wesen, die als über zwei Meter groß, sehr kräftig beschrieben werden, einen aufrechten Gang haben. Der Kopf wird von Zeugen mit einer Schlange oder Echse verglichen. Und das heißt, dass diese Wesen sich in einer anderen Dimension auffalten und aus dieser Dimension heraus, aber in unserer physischen Ebene agieren können. Und dass, so seltsam sich das auch anhören mag, sind eben Dinge, da gehe ich gleich dann noch näher drauf ein, die aus den unterschiedlichsten Quellen heraus belegt sind. So gibt es vor allem eine ganze Reihe von Zeugenberichten, die diese Wesen beschreiben. Und da muss man sagen, eine gewisse Unsicherheit besteht noch, weil häufig gesagt wird, diese Wesen sind eben nicht in unserer physischen Ebene, sondern in einer anderen Dimension beheimatet. Gleichzeitig gibt es aber Beobachtungen, wonach diese Wesen sich schon durchaus auch in unserer Welt aufhalten können. Möglicherweise nur zeitweise. Also das ist ein Punkt, der noch nicht völlig klar ist. Es kann da möglicherweise auch verschiedene Sub-Spezies geben, dieser Reptiloiden, da insbesondere eben halt auch positive Kontakte beschrieben worden sind, sodass man offenbar nicht alle dieser Wesen, die sich dort ähnlich aussehen, über denselben Kamm scheren kann. Ja, es gibt tatsächlich Beweise für die Existenz dieser Spezies. Sonst hätte ich auch Teil 2 nicht geschrieben. In meinem Buch nenne ich rund zwei Dutzend Zeugen aus den unterschiedlichsten Quellen, die Kontakt mit dieser Spezies hatten. Und ganz wichtig vor allem befinden sich unter diesen Zeugen gleich mehrere MK-Ultra-Überleben. Das heißt, man hat hier diesen Zusammenhang, diesen Link zwischen einerseits ritueller Gewalt und MK-Ultra und andererseits diesen Wesen. Und zu den Zeugen gehören beispielsweise Kathy O'Brien. Und da ist interessant, dass Kathy O'Brien, deren Aussagen und Genauigkeit ihrer Aussagen, ich in Teil 1 anhand zahlreicher Beispiele überprüft habe, wo ich zeigen konnte, dass wirklich Details, die sie berichtet, durch Quellen belegt werden können oder später auch durch die therapeutische Literatur zu ritueller Gewalt und Mind-Control-Techniken bestätigt werden konnten. Sie selber beschreibt mehrere Vorfälle, wo sie ihre Missbraucher, die Täter, sehen konnte, dass diese ganz oder teilweise so eine reptiloide Gestalt annahm. Und interessanterweise macht sie daraus auch gar kein großes Thema, sondern ganz im Gegenteil, in Teil 2 oder in einem weiteren Buch von ihr, das nach ihrem Standardwerk Transformation of America erschien, sagt sie sogar, dass sie mittlerweile glaubt, dass das nicht wirklich passiert ist, sondern dass man ihr mittels von neuen Techniken, mit Hologramm-Techniken vorgespielt habe, diese Menschen würden diese reptiloide Gestalt annehmen. Wobei man sagen muss, mit einem Hologramm ist es zwar möglich, in der Luft ohne weiteres die Erscheinung eines Menschen zu produzieren und der mag sich dann auch in einen Reptiloiden verwandeln können, was aber kaum denkbar ist oder man muss sagen technisch ausgeschlossen ist, dass ein Mensch, der vor einem anderen Menschen sitzt, mittels Hologramm-Technologie auf einmal sich verändert. Das wäre technisch schon kaum möglich. Und hinzu kommt eben, dass sie auch nicht die einzige MK-Ultra-Überlebende ist, die sowas beobachtet hat. Auch Judith Moore, die sogar Aussagte vor Clintons Untersuchungsausschuss zu Strahlungsexperimenten, hat genau solche Beobachtungen ebenfalls berichtet. Weitere Zeugen sind Arizona Wilder und Erin Green-Hicks, auf die ich näher eingehe, dann auch in meinem Buch. Und sogar erst nach Veröffentlichung meines Buches bin ich auf eine weitere Zeugen gestoßen, nämlich die australische MK-Ultra und Kult-Überlebende Fiona Barnett, die nämlich zahlreiche detaillierte Zeichnungen auf ihrer Internetseite veröffentlicht hat. Und da ist auch eine Zeichnung, wo man eine reptiloide Gestalt sieht, wo beigeschrieben ist, dass dieses Wesen angebetet würde von diesen Tätern. Kürzlich bin ich dann noch auf die kanadische Therapeutin Sandra Fecht gestoßen, die eben auch genau diese Verbindung behauptet zwischen ritueller Gewalt, sie hat auch Patienten aus dem Bereich MK-Ultra und eben diesen reptiloiden Wesen. Und aus dem Bereich der rituellen Gewalt nenne ich dann auch noch Kurt Barker, einen Kult-Überlebender, der ebenfalls solche Beobachtungen gemacht hat und die in seinen Büchern beschreibt. Aber auch bei ihm ist das sozusagen nur eine Fußnote in dem Ganzen. Er beschäftigt sich eigentlich mehr mit dem Thema der Heilung, sodass man sagen kann, allein aus diesem Bereich gibt es schon eine ganze Reihe von Augenzeugen. Aber wenn man weitersucht, gibt es eben noch sehr viel mehr. Wenn man sich mal die sogenannte Abduktionsforschung anguckt, die in den 80er Jahren begann, wo Forscher, vor allem amerikanische Forscher, mit Menschen zusammengearbeitet haben, die behaupteten, sie hätten nicht nur UFO-Sichtungen, sondern auch Kontakt mit den Insassen. Auch da stößt man auf eine ganze Reihe von Berichten, wo es auch um Reptiluine geht, wobei man sagen muss, insgesamt machen die einen sehr, sehr kleinen Teil aus dieser Kontakterfahrungen. Aber wie gesagt, bei Professor John Mack, einem führenden Forscher und auch Autor auf dem Gebiet, findet man das bei Dr. Johannes Fieberg aus Deutschland, findet man solche Berichte. Und das war für mich eine sehr, sehr wichtige bereichernde Quelle noch, kurz vor Abschluss von Teil 2, bei Dr. Ardy Sixkiller-Clark, eine indianischstämmige Professorin, die mehrere tausend Berichte gesammelt hat, vorwiegend bei Indianern, aber auch bei den Nachfahren der Maya aus Mittelamerika. Dort findet man ja rund ein halbes Dutzend solcher Berichte, die auch untereinander, muss man sagen, alle recht konsistent sind, bis hin zu übereinstimmenden Detailbeschreibungen. Ich selber kenne zudem auch noch mehrere Augenzeugen. Mein erster Fall, wo es um Reptiluine ging, da wurde sogar ein Detail dann, nämlich eine Röhre, die eingesetzt wurde, eine Art Maschine, Maschine, die dazu diente, eine Manipulation auf Seelenebene durchzuführen. Genau solche Maschinen wurden dann, das ist jetzt mal eine Überraschung, beschrieben von diesen indianischen Zeugen, sodass man sagen muss, insgesamt ist dieses Bild recht konsistent. Daneben gibt es weitere Personen, die man nennen muss, beispielsweise der Psychologe Ulrich Kramer, der auch schon seit mehreren Jahren über diese Reptiloide Spezies berichtet, die immer wieder auftauchte in den Sitzungen mit seinen Klienten, wo es sogar auch zu direkten Kontakten und zur Kommunikation gab. Gerade in seinem neuesten Buch geht er da sehr detailliert drauf ein. Und sogar der Höhenforscher Dr. Heinrich Kusch hat auf einer Veranstaltung Aussagen zu Reptiloiden gemacht, die allerdings, muss man sagen, dann nachträglich wieder zurückgezogen worden sind. Und eine ganz wichtige Quelle, auf die ich bei meinen Recherchen stieß, war ein Buch des Anthropologen Dr. Michael Harner, der schon Anfang der 80er Jahre in seinem Buch The Way of the Shaman beschrieb ein solches Erlebnis mit Reptiloiden, wo auch eben wieder dieselben Konzepte auftauchten, wie man sie aus den neueren Berichten kennt. Ich selbst muss sagen, habe bei einem meiner Kontakte auch diese inzwischen bekannten Schlitzpupillen beobachten können, wo ich zudem aber kurz danach dann auch auf andere Zeugen stieß. Zum Teil waren die mir sogar vorher schon bekannt, auch schon über Jahre bekannt, die dann erst, als ich von meiner Beobachtung berichtete, mir erzählten, dass sie etwas Ähnliches schon vor langer Zeit auch beobachtet hatten. Und auch in der Literatur findet man solche Beobachtungen. und man kann viel weiter zurückgehen und dazu macht es auch Sinn, wieder bei der Bibel anzusetzen, wo eben Satan immer wieder als die alte Schlange oder der große Trache bezeichnet wird. Es gibt dort auch das hebräische Wort für Satan oder für Schlange, muss man sagen, das nachher scheißt und ein extra, wird gesagt, ein Zischlaut beinhaltet, wie eben eine Schlange auch zischende Laute macht. Und da gibt es auch eine interessante Parallele zu Kathy O'Brien wiederum, die nämlich sagt, dass mehrere dieser Täter, wenn sie die Reptiloide Verbindungen offenbar anspielten bei Anweisungen, die sie ergaben, einen solchen Zischlaut einer Schlange verwendeten. Und sehr interessant ist, dass es diesen Begriff Nachasch, der in der Bibel vorkommt, dass man den in abgewandelter Form auch woanders findet, nämlich wenn man nach Indien geht, dort gibt es die Nagas, die als menschlich-schlangenartige Mischwesen beschrieben werden. Man stößt in Eritrea und Äthiopien auf dieses Phänomen, wo dieser Drachenkult sehr verbreitet ist und letztendlich in der ganzen Welt, wenn man sich dort auf die Suche begibt. Es gibt auch Forscher, die schon vor vielen Jahren diese Nachweise über den in der Welt verbreiteten Schlangen- und Drachenkult geführt haben. Für mich sehr wichtig hier die Maya-Kultur, wo gerade diese Schlangen-Symbolik sehr, sehr präsent ist, beispielsweise bei dem Schlangengott Ketzalcoatl, oder auch Kukulkan genannt, der gefiederten Schlange. Es gibt dort die Vision-Schlange, die in Ritualen herbeigerufen wird. Es gibt den Schlangenstab und es gibt sogar auf Zeichnungen Mischwesen, die menschlich und Reptiloid sind. Und genauso in Afrika, nicht nur in Eritrea und Äthiopien, auch in anderen Teilen stößt man hierauf. Ein ganz, ganz wichtiger Zeuge ist der Sulu-Schamane aus Südafrika, Credo Mutwa, ein sogenannter Sangoma, der in einem langen Interview mit David Icke dort detailliert Wissen preisgegeben hat, das überliefert wurde, gerade im Rahmen dieses Schamanen-Kultes, wo es ganz detailliert um den Einfluss dieser Reptiloiden geht und ihre Vorgehensweise. Ja, und meine Forschung führte sogar bis hin nach Mesopotamien, also in die Wiege der modernen Menschheit, wie immer gesagt wird, wo auf Keilschriftentafeln zu sehen sind aufrecht stehende Reptiloide-Wesen, die dort als, man kann sagen, krankmachende Dämonen beschrieben werden, so dass man sagen kann, der Umfang der Quellen und ich habe das jetzt hier nur mal kurz zusammengefasst, ist schon überwältigend, die dafür sprechen, dass es hier um eine Existenz, ein reales Phänomen geht, einer Spezies, die überall und zu allen Zeiten der Menschheitsgeschichte ihre Spuren hinterlassen hat. Ja, der negative Teil dieser Spezies, der scheint sich, wie bereits erwähnt, primär in einer anderen Dimension aufzuhalten. So haben diese Wesen dann Menschen oder zumindest bestimmte Blutlinien genetisch manipuliert, wird gesagt, um sie leichter besetzen und damit kontrollieren zu können und steuern zu können. Und das ist nicht nur eine Theorie, die David Icke seit Ende der 90er-Jahren verbreitet. Interessanterweise erhielten genau diese Informationen auch Kathy O'Brien von den Tätern und auch der Anthropologe Dr. Michael Harner, sodass wir hier auch noch viele andere Quellen haben, die immer wieder dieses selbe Konzept beschreiben. Und indem diese Wesen aus einer anderen Dimension heraus dann die Menschen kontrollieren und diese Menschen dann auch in bestimmten Machtpositionen als Elite installieren, sind sie dann in der Lage, indirekt auch die Menschheit zu kontrollieren, ohne hier selbst physisch präsent und erkennbar auftreten zu müssen. Interessanterweise wird auch gerade dieses Konzept einer negativen Gruppe fremder Wesen, Orion-Gruppe genannt, bereits in dem sehr umfangreichen und auch sehr tiefgründigen Channeling-Material aus den 80er-Jahren genannt, das als Gesetz, das einen bekannt ist. Auch dort bin ich im Detail auf dieses Konzept gestoßen. und hat er dann schon sehr früh vermutet, dass es sich in Wahrheit, zumindest bei einem Teil dieser Gruppe, die dort immer wieder genannt wird, um die Reptiloiden handelt. Das konnte dann auch bestätigt werden. Das Ziel dieser Wesen ist eben nicht nur die verdeckte Beherrschung der Menschheit und auch die Durchführung satanischer Rituale. Stattdessen zeigt sich immer wieder, dass diese Wesen daran interessiert sind, Schmerz, Leid, Angst und Qual der Menschen auf einem hohen Niveau zu halten, da sie an diesen Energien interessiert sind und sich quasi von diesen negativen Energien, die von Menschen erzeugt werden, zu ernähren. Und das ist ein Aspekt, muss man sagen, der in meinen Channelings immer wieder auftaucht, immer wieder bestätigt wurde, aber eben auch solche Bestätigungen sich bei ganz anderen Quellen wiederfinden. Ja, man muss verstehen, dass es bei den satanischen Ritualen vor allem um energetische Aspekte geht. Das bestätigt zum Beispiel die Überlebende Sandra Rasch und wie eben auch schon erwähnt, benötigen diese reptiloiten Wesen negative Energien als eine Art Nahrung oder Droge. Allerdings muss man sagen, es scheint noch diverse andere negative Wesen geben, die meist und historisch ja als Dämonen bezeichnet werden. Da gehe ich auch in meinem Buch näher auf das Phänomen dämonischer Besetzung ein. So ging ja vor ein paar Jahren auch durch die weltweite Presse, dass der Vatikan jetzt Exorzismus-Seminare abhält, weil die weltweite Nachfrage nach solchen Exorzismen seit der Jahrtausendwende sehr stark zugenommen hätte. Und ich zeige auch auf in meinem Buch, dass es weltweit eine Vielzahl von Fällen gibt, in denen Menschen sehr grausame Zufallsmorde begehen und zwar immer unter dem Einfluss, unter dem behaupteten Einfluss fremder Stimmen, wo sich dann aber auch aufzeigen lässt, dass es tatsächlich eine psychische Vorgeschichte gibt, dass eben nicht, dass eine bloße Schutzbehauptung ist, würde auch gar keinen Sinn machen, weil diese Personen aus dem Mord auch gar keinen persönlichen Vorteil ziehen können, sodass meine Theorie ist, die ich in dem Buch äußere, dass es hier tatsächlich gar nicht um eine psychische Störung geht, die auch gar nicht erklärt werden könnte, welcher Mechanismus da zugrunde liegt, beispielsweise bei einer Persönlichkeitsspaltung kann man auch sagen, dass es hier um einen Schutzmechanismus geht, wenn fremde Stimmen wahrgenommen werden, die den Menschen zu Selbstschädigungen oder sogar zu Fremdschädigungen anleiten, ist das eben nicht erkennbar, sondern ich behaupte, dass hier tatsächlich fremde Einflüsse am Werk sind und für mich persönlich ist das auch gar keine Theorie mehr, dass ich kürzlich erst eine solche dämonische Besetzung auch selbst miterlebt habe, sodass ich aus eigener Beobachtung sagen kann, dass eine solche Übernahme eines Menschen oder genauer genommen eines menschlichen Körpers durch ein anderes Wesen unter bestimmten Voraussetzungen ein sehr einfacher Vorgang zu sein scheint. Ich kannte das als Teilaspekt schon von den Channelings, wo sozusagen der Sprachapparat übernommen wird, aber die komplette Übernahme des Körpers ist eben genauso möglich, wie sie sich bei solchen Besetzungen zeigt, die ich auch selber, das ist sogar auf Video festgehalten, dann bezeugen konnte. An meiner Einschätzung ist die oberste Ebene das, was in der Bibel Satan genannt wird. Ich bin auch bei meinen Recherchen und den Channelings immer wieder darauf gestoßen, dass es offenbar eine sehr hohe negative Macht gibt. Die ist noch schwer begreifbar, ob das sozusagen der Satan aus der Bibel ist oder ein anderes Art negatives Prinzip, was sich dort manifestiert, kann ich noch nicht abschließend sagen. Es gibt entsprechende Hinweise. Auf der Ebene darunter werden sozusagen dann die satanischen Helfer, die in der Bibel dann seine Engel oder Dämonen genannt werden. Zu denen würde ich auch diese Reptiloiden zählen. Dann kommen wir sozusagen zur weltlichen Ebene. Das wären dann Satanisten, die im Glauben an diese Mächte aufgewachsen sind und auch diese Mächte anbeten, die in diesen Kulten groß geworden sind, zu Tätern konditioniert worden sind und dann sozusagen auf der untersten Ebene die Helfer wiederum dieser satanischen kultischen Kreise, ich nenne es auch den militärisch-satanischen Komplex aufgrund dieser Verbindungen. und das sind dann ja Personen, die entweder um Geld zu verdienen, um Macht auszuüben, um Sadismus auszuleben, sich mit Kinderprostitutionen, Kinderpornografie, Snuff-Film, Waffenhandel und ähnlichen Dingen beschäftigen oder es sind eben auch Menschen, die durch Erpressung, da kommt dann wieder Kinderprostitutionen zum Einsatz, durch Erpressung dann kontrollierbar gemacht worden sind, um eben diesen Kreisen, vor allem den Kulten bei der Durchführung ihrer Agenda zu helfen und auch den Schutz für diese Kulte zu bieten. Das wäre so die grobe Hierarchie, die ich dort ausmachen würde. Ja, dazu muss man sagen, dass ich gar nicht damit gerechnet habe, dass so etwas passieren würde, das Channelings stattfinden würde. Ich hatte mich mit dem Thema auch nie befasst, was ich gemacht habe. Ich hatte als Heilpraktiker für Psychotherapie therapeutisch gearbeitet mit Themen wie Angststörungen und Depressionen und Ähnlichem und ich habe eben auch geforscht auf dem Gebiet des Kontaktphänomens, in dem ich Menschen geholfen habe mit Hypnose-Techniken, im Ergebnis kann man sagen mit Entspannungstechniken, sich an solche ungewöhnlichen Erfahrungen zu erinnern, die in der Regel nur bruchstückhaft vorhanden sind. Und während einer solchen Sitzung, wo es lediglich darum ging, in ein solches Erlebnis noch einmal einzusteigen, kam es dann spontan zu einem solchen Channeling-Kontakt. Der war interessanterweise auch gar nicht mit Reptiloiden, sondern war mit einer Spezies, die aussagegemäß oder auskunftsgemäß von Reptiloiden beziehungsweise negativen Mächten bedroht wird und hier auf der Erde durch Gesandte, die hier inkarnieren, nach einer Lösung suchen. Und nachdem ich das erstmal gar nicht so alles glauben konnte und gar nicht wirklich fassen konnte, was da gerade passiert ist, hat sich aber dieses Phänomen des Channelings innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb von Monaten und insgesamt dann über einen Zeitraum von etwa knapp zwei Jahren, sechsmal mit verschiedenen Personen, zum Teil dann auch mehrfach wiederholt. Das heißt, da war immer wieder eine solche Kommunikation mit fremden Wesen im Rahmen eines solchen Entspannungszustandes möglich, wobei man sagen muss, die Qualität dieser Channelings war unterschiedlich, womit ich sagen will, zum Teil war es eine direkte Kommunikation, gerade das erste Channeling mit einem Reptiloiden war sehr eindrucksvoll, weil sich vorher die Atmung veränderte und auch die Sprechweise veränderte und dort sozusagen das Wesen auch direkt dann durch den Menschen zu mir sprach. Es kam aber auch in schwächerer Form vor, das heißt, dort bestand zwar eine Verbindung des Menschen zu diesem Wesen, die Kommunikation erfolgte dann aber so, dass ich eine Frage gestellt habe, diese wurde wahrgenommen und die Antwort wurde quasi telepathisch dem Menschen angegeben, der sie mir dann kommuniziert hat und auch diese graduellen Unterschiede zwischen Channeling-Ebenen sind auch in der Literatur bekannt, insofern war sozusagen die ganze Bandbreite möglicher Channeling-Kanäle hier vorhanden. Viele Informationen, die im Rahmen der Channeling übermittelt wurden, sind in sich konsistent und auch oder werden auch bestätigt durch Informationen aus anderen Quellen, sodass man sagen kann, es ergibt sich insgesamt schon ein stimmiges Bild, Allerdings muss man sagen, kommen schon auch veranstalte Widersprüche vor in Channeling-Ebenen. Also nicht jede Detailinformation passt dann zu der anderen, aber man muss sagen, dieser Teil ist sehr gering solcher Widersprüche. In einem Fall muss man sagen, wurden auch bewusst offenbar falsche Innovationen übermittelt. Häufige Themen, die immer wieder kommen und die eben auch durch Zeugenaussagen aus ganz anderen Quellen dann Bestätigung finden, das sind, dass Reptiloide Wesen Menschen kontrollieren, vor allem einflussreiche Kreise wie in der Politik, dass sich diese Wesen von negativen Energien ernähren, dass sie deswegen halt auch das Niveau an negativen Energien durch Kriege und Ähnliches versuchen auf einem hohen Level zu halten. Immer wieder kam auch eine Bestätigung dafür, dass die sogenannten Greys, diese grauen Außerirdischen, über die ich ja auch in meinem Buch Greys schreibe, wo ich die Abduktionsforschung der letzten 40 Jahre auswerte und dort auch zeigen kann, dass auch diese Abduktionsforschung sehr, sehr konsistente Ergebnisse liefert, dass diese Greys Handlanger für die Reptiloiden Wesen sind, die eben auch ein eigenes Züchtungsprogramm durchführen, ein Hybrid-Züchtungsprogramm. Und es ist ja bekannt bei diesen grauen Wesen, ein ständiges Thema, was auch in der Abduktionsforschung immer auftaucht, dass es auch dort um ein Züchtungsprogramm geht, ob jetzt diese Grauen allein für die Reptiloiden Wesen arbeiten und für diese an dieser Züchtung beteiligt sind oder auch eigene oder vielleicht auch Ziele im Sinne der Menschheit verfolgen, ist nicht völlig klar. Mir wurde vermittelt, dass sie im Wesentlichen für diese Reptiloiden als Handlanger aktiv sind. So wurden sie immer wieder auch von unterschiedlichen Quellen dort bezeichnet, aber eben offenbar auch für sich selbst handeln. Also insofern ist es durchaus möglich, so wurde es mir auch von anderen Abduktionsforschern berichtet, dass auch diese graue Spezies aus verschiedenen Sub-Spezies besteht, die wiederum verschiedene Agenten verfolgen, sodass insgesamt dieses Bild verschiedener Wesen, die sich in unterschiedlichen Dimensionen aufhalten und mit Menschen interagieren, sehr komplex und vielschichtig ist. Ja, wenn wir vom Thema Channeling sprechen, ist es wichtig, auch mal zwei grundsätzliche Anmerkungen zu machen. Zum einen weiß man natürlich nie, ob die Channeling-Quelle tatsächlich die ist, die sich dort als Quelle ausgibt. Das andere ist, dass man auch nicht sicher sein kann, ob die Inhalte, die übermittelt werden, tatsächlich korrekt sind. Das kann verschiedene Ursachen haben. Zum einen könnte es sein, dass tatsächlich falsche Informationen gezielt gegeben werden. Oder es kann sein, dass im Rahmen dieses Übertragungsvorgangs sich sozusagen Fehler einschleichen. Genauso kann es natürlich sein, dass aus dem Unterbewusstsein des Mediums sich Erfahrungen oder sogar Fantasien mit in das Channeling-Material dann einschleichen, sodass dadurch auch der Inhalt verfälscht wird. Abgesehen davon, dass natürlich auch ein gezielter Betrug immer vorkommen kann. Wobei ich den jetzt ausschließe, zumindest im Zusammenhang mit den Personen, mit denen ich dort gearbeitet habe. Ich möchte mal zwei oder drei Beispiele nennen, wie so ein Channeling abläuft, um auch zu zeigen, wie unterschiedlich die Qualität oder Art und Weise der Channeling sein kann. Das erste Channeling war mit dem Reptiloiden Sacklas. Da ging es zuvor um dieses genetische Züchtungsprogramm, was von der Reptiloiden Spezies ausgeführt wird, über das wir auch schon gesprochen hatten. Und dort war meine Frage dann, wozu gibt es diese Züchtung und genetischen Veränderungen? Und die Antwort von Sacklas war, Beherrschung, Unterwerfung, Macht. Dann meine Frage, heißt das, dass ihr die Menschen genetisch weiter verändern wollt, um sie noch besser beherrschen zu können? Antwort ja, das ist unsere Energiequelle. Also auch wieder hier dieser Aspekt, dass sich diese Spezies offenbar von negativen menschlichen Energien ernährt. Dann meine Frage, wie funktioniert das mit der Energie? Wie könnt ihr euch von der Energie der Menschen ernähren? Die Antwort Emotionen. Dann meine in dem Fall sozusagen leitende Frage, um mal zu testen, ob das Medium mir quasi immer die Antworten liefert, die ich erwarte. Und die Frage war positive. Antwort negative. Je extremer, umso nahrhafter. Dann meine Anmerkung oder Frage dazu, okay, das heißt, wenn ein Mensch extreme negative Emotionen hat, dann könnt ihr die direkt aufnehmen oder muss dann noch etwas passieren? Da wollte ich eigentlich eher auf diesen technischen Vorgang eingehen. Die Antwort ging dann eher in eine andere Richtung und war ja, deswegen Kriege, Manipulation, um zu steuern. Meine Frage, deswegen auch ritueller Missbrauch und Opfern von Kindern? Antwort ja. Frage, steckt ihr dahinter? Die Antwort ja. Frage, warum macht ihr das? Die Antwort von Sacklers, Hochgenuss, absoluter Hochgenuss. Ja, das war jetzt ein Beispiel, mal ein Gegenbeispiel. Das war dieses allererste Channeling mit quasi einem Bewusstseinskollektiv, was sich Xenon nennt. Dort ging es darum, dass immer wieder im Kontakt mit dieser sehr feinfühligen, telepathischen Spezies negative Wesen auftauchten. Man kann auch sagen, so eine Art negatives Prinzip. Und danach hatte ich gefragt, worauf die Antwort kam, es gibt kein Bewusstsein, wie ihr es meint, von den Umhangwesen. Also wir nannten diese Wesen dann Umhangwesen, weil die immer in so einer Art Umhang auftauchten, bei der man das Gesicht dann nicht erkennen konnte. Und die Antwort dann weiter, die Umhangwesen verschlucken Energien, sie saugen Energie auf als Gleichgewicht. Sie kommen zu Anhäufungen von großem Licht. Dieses Wesen A, das war hier das Medium, also die betroffene Person, trägt sehr viel Licht in sich. Und diese Umhangwesen, diese dunkle Energie, wird angezogen von sehr heller Energie und nimmt Energie zum Ausgleich. Also hier ein recht interessantes Konzept, was sich in ähnlicher oder abgewandelter Form ja an vielen anderen Stellen dann auch widerspiegelte. Auch in dem Rahmaterial trifft man konkurrente Aussagen. Interessant sind eben auch solche Informationen, die sich dann nachträglich bestätigen lassen. Und auch hier in dem Channeling mit Xenon ging es darum, zunächst mal, wie diese Wesen aussehen. Sie hatten dann gesagt, sie sehen ähnlich aus wie diese Figuren in dem bekannten Film Avatar. Und Zitat dann, ihre Antwort war, es ist ein wenig wie ein Avatar, das Wesen, das diese Figuren für den Film erfunden hat, hat auch Verbindung zu uns. Wir haben uns sehr über diese Abbilder gefreut, nur sind wir viel kleiner. Auch Raumschiff Enterprise und andere Filme wurden euch durch Verbindungen mit anderen Wesen eingegeben. Diese Drehbuchautoren haben Verbindungen. Und da ist interessant, dass ich das zunächst mal nicht sehr ernst genommen habe und mich etwas gewundert habe, dass tatsächliche Drehbuchautoren unbewusst Informationen eingegeben bekommen, die sie dann in Form von ihren Büchern oder Filmen dann weiterverwerten. Aber es war tatsächlich so, dass ich kurz nach diesem Channeling zufällig auf die Information stieß, dass der Erfinder von Raumschiff Enterprise, also Star Trek, Gene Roddenberry, mit einer Gruppe zusammengearbeitet hat, die Channeling-Botschaften, und zwar dieses sogenannten Rates der Neuen, erhielt über einen langen Zeitraum hinweg. Die wurden dann auch in einem Buch, was auf Deutsch heißt Planet der Wandlung, veröffentlicht. Auch dieses Material habe ich ausgewertet und ist dann auch in mein Buch mit eingeflossen. Und insofern war das schon sehr interessant, dass diese eine Information, dass beispielsweise hier der Autor von Raumschiff Enterprise Verbindungen mit anderen Wesen hat, sich tatsächlich, zumindest in Form dieser Channelings, an denen er teilgenommen hat, Es war eine ganze Gruppe von Forschern, die diese Channelings dann betrieben hat, dort hatte und dort natürlich auch Informationen erhielt, die ihn sicher inspiriert haben zu dieser Serie. Das mal als einige wenige Beispiele für solche Channeling-Kontakte. Auch das ist sehr unterschiedlich. Manchmal bekommen die Betroffenen alles mit oder zumindest Teile davon bewusst mit. Manchmal sind sie aber auch komplett ausgeschaltet während dieses Zeitrums und können sich da ja auch an die Inhalte der Kommunikation überhaupt nicht erinnern. Meistens kann man sagen, sind die Betroffenen schon sehr überrascht, wenn sie dann hören, was sie da sozusagen von sich gegeben haben. Häufig hatten sie allerdings schon vermutet, dass irgendetwas nicht stimmt mit ihnen, dass sie ungewöhnliche Erfahrungen haben. Insofern passt es dann doch wieder zu dem Gesamtkontext ihrer Erfahrungen und sie versuchen dann diese Informationen, das, was dort passiert ist in der Sitzung, in ihr Weltbild und in ihren Alltag zu integrieren. Genau diese Frage habe ich im Rahmen der Channelings nicht gestellt, aber diese Wesen wussten sehr genau, mit wem sie Kontakt haben. Ich gehe daher davon aus, dass all dies diesen Wesen bekannt ist und auch möglicherweise Teil eines universellen Planes ist, den wir nur ansatzweise verstehen können. Wichtig ist dabei, es gibt kein Schwarz-Weiß-Denken, alles ist miteinander verknüpft und so kann dann auch derselbe Vorgang sich auf beide Seiten Auswirkungen. Nehmen wir zum Beispiel mein Buch Dunkle Neue Weltordnung. Zum einen muss man sagen, dass die Inhalte durchaus bei einigen Lesern das Angstlevel steigern können, was dann ja im Sinne sogar der Reptiloin wäre. auch bin ich darauf gestoßen, dass diese unangefochtene Überlegenheit, die die Reptiloinäre Spezies offenbar schon seit Jahrtausenden hat, bezogen auf die Menschheit, sie zu langweilen beginnt und sie nach einer neuen Herausforderung suchen. Und das würde wiederum dazu passen, dass mehr Menschen von ihnen erfahren und sich dieser Konflikt sozusagen zuspitzt. Andererseits und dann kommen wir sozusagen zu dem Gegenpol, sind diese Informationen aber auch wichtig, damit die Menschen erwachen, sich bewusst werden, dass sie in einem multidimensionalen Universum leben mit zahlreichen anderen Intelligenzen zusammen und sich eben auch ihres eigenen Potenzials bewusst werden. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil man eben Reptiloide Wesen, UFOs, andere nicht-physische oder auch physische Wesen nicht getrennt betrachten kann, sondern als Bestandteil eines universellen Konzepts. Da kann man im Prinzip schon bei Albert Einstein ansetzen, der 1905 schon festgestellt hat, dass Raum und Zeit eben nicht absolut sind, sondern Beobachter-abhängig, so dass man im Ergebnis sagen kann, die Raumzeit ist letztendlich nur eine Illusion. Ich meine daher, dass wir in einem virtuellen Universum leben und das könnte dann auch zahlreiche paranormale Phänomene wie Remote Viewing, Telepathie, Zeitanomalien erklären und der Physiker Thomas Campbell hat in mehreren Bänden genau ein solches Konzept auch näher beschrieben. Zudem, auch das beschreibt Campbell, ist unser Universum multidimensional, auch dafür sprechen zahlreiche Beobachtungen, auch gerade im Zusammenhang mit dem UFO und dem Kontaktphänomen und ganz knapp steckt dann wiederum hinter all dem ein doch recht einfaches spirituelles Konzept, wonach wir und andere Wesen letztendlich Seelen sind oder auch Teile oder Funken von einem Urbewusstsein, von einem universellen Urbewusstsein, das für einen bestimmten Zeitraum dann einen physischen Körper zur Verfügung gestellt bekommt, um Erfahrungen zu machen. Dabei geht es dann um die Möglichkeit der Seele, sich vor allem spirituell weiterzuentwickeln und sukzessive höhere Dimensionen zu erreichen, quasi in diese höheren Dimensionen aufzusteigen und sich dieser Urquelle immer weiter wieder anzunähern. Für diese spirituelle Entwicklung braucht man im Ergebnis zwei Zutaten. Das ist zum einen einen freien Willen, den man ausüben kann und zum anderen braucht man aber auch Polarität, das heißt die Möglichkeit, sich im Rahmen dieses freien Willens zwischen positiv und negativ zu entscheiden. Manche würden das gut und böse nennen, aber das dürfte eine zu menschliche Perspektive oder sich der Dinge sein. Im Rahmen Material, dem Gesetz des Ein, wird es der Dienst an sich selbst oder auch der Dienst an anderen genannt, also diese beiden Wege, die man dort einschlagen kann, die auch beide zulässig sind, um letztendlich den Schöpfer in sich selbst zu erfahren beziehungsweise sich dieser Urquelle anzunähern. Das wiederum führt dann dazu, dass sowohl positive als auch negative höhere Wesen versuchen, andere Wesen auf den niedrigeren Ebenen auf ihre Seite zu ziehen oder auf ihren Weg zu führen und dabei müssen sie aber grundsätzlich diesen freien Willen respektieren. Das heißt, gerade auch die höheren negativen Wesen arbeiten daher mit Manipulation und mit Täuschung, damit letztendlich beispielsweise wir Menschen uns aus unserem freien Willen heraus dann für diesen negativen Dienst an sich selbst fahrt entscheiden. Ein sehr schönes Symbol, das alles aufzeigt, ist das bekannte Yin und Yang-Symbol, wo man ja sieht, dass schwarz und weiß, hell und dunkel, stark und schwach, alles zwei Seiten sind eines zusammenhängenden Konzepts und das auch gerade in dem Dunklen wiederum ein heller Kern angelegt ist und genauso auch in dem Hellen wiederum das Dunkle im Ansatz vorhanden ist. Und als es in dem Channing mit den Exodas, einer weniger physischen, sehr telepathischen, feinfühligen Spezies, so beschreiben sie sich, darum ging, dass sie durch etwas Negatives bedroht sind und wie sie versuchen damit umzugehen, da haben sie eine sehr schöne Aussage getroffen, die das ganz gut beschreibt, ich zitiere das hier mal, was dort in diesem Channeling mitgeteilt wurde, dort sagten sie, wir haben euch vor langer Zeit ausgesandt, wir haben euch ausgesandt, um dieser dunkelsten, der dunklen, dichten Energie zu begegnen, weil wir in unserer Zivilisation nicht über einen gewissen Punkt weiterkommen, uns fehlt diese Erfahrung des dunkelsten Dunkeln, darum haben wir diese Wesen eingeladen und müssen feststellen, dass wir ihnen auf dieser Ebene nicht begegnen können, deswegen haben wir Teile von uns hierher gesandt, also auf die Erde, diesem dunkelsten Dunkeln zu begegnen und dieses dunkelste Dunkel kooperiert auch, indem es euch so lange bedrängt, bis ihr ihm begegnet, es ist auch guter Wille vom dunkelsten Dunkeln vorhanden, damit ihr die Möglichkeit habt, ihm zu begegnen. Ja, und zwar einige begeisterte Leser, muss man sagen, des ersten Zeils, waren dann von Teil 2 meines Buches extrem enttäuscht. Sie glaubten, so lese ich es zumindest in Kommentaren, und ich glaube nicht, dass das alle Trolle sind, sondern wirklich manche das ernst meinen, sagen, dass ich mir das zusammenspinnen würde und ohne jeden Beweis wilde Theorien aufstelle. Und genau hier zeigt sich leider, muss man sagen, ein fundamentales Problem von uns Menschen. Wenn wir dem Unbekannten begegnen, dann setzt häufig unser logischer Verstand aus und wir werden emotional und ziehen uns verschreckt zurück. Ich habe vorhin beschrieben, auch wie viele Zeugenaussagen, historische Quellen und Parallelen in anderen Kulturen ich meine Aussagen stütze. Und all diese Indizien und Beweise sind aber wertlos, wenn unsere antrainierten, aber falschen Glaubenssätze diesen Erkenntnissen entgegenstehen. Dabei möchte ich nochmal betonen, die Aussage eines glaubhaften Zeugen ist ein Beweis. In einem Mordprozess reicht manchmal schon eine einzige Zeugenaussage aus. Hier führe ich rund zwei Dutzend Zeugen an, deren Aussagen zudem dann durch historische Quellen noch bestätigt und unterlegt werden. Das heißt, wir alle müssen uns daher selbst auf die Suche nach Erkenntnis begeben. Das kann uns niemand abnehmen. Andere können uns dabei vielleicht eine Hilfestellung geben, so wie ich das mit diesem Buch versuche. Für den weiteren Weg der Menschheit ist es aber aus meiner Sicht fundamental und existenziell, dass wir uns auf dieser spirituellen Ebene weiterentwickeln. Und dabei sollten wir uns ganz einfach von unseren Gefühlen leiten lassen. Wir haben nämlich diesen eingebauten Kompass, wie die Xenon das in einem Channeling nannten, und und den sollten wir nutzen. Die Xenon erklärten mir, und damit möchte ich schließen, fühlt sich etwas gut an, dann ist das der richtige Weg. Fühlt sich etwas nicht gut an, ist etwas falsch dran. Und so könnt ihr auch Menschen begegnen. Fühlt sich ein Mensch unangenehm für euch an, dann könnt ihr davon ausgehen, dass negative Energie mitschwingt im anderen Menschen. Das ist nicht neu, es wurde euch nur aberzogen. ein es ein das ist das